Ich habe auf meinem Kanal ja schon öfter über das Thema Gewohnheiten und Routinen geredet. Und ich habe da öfter mal gesunde Gewohnheiten und gute Gewohnheiten für ein tolles Effekt des Lebens dargestellt. Aber natürlich gibt es auch da das Gegenteil, also Gewohnheiten, die dein Leben zerstören. Erstmal übertrieben gesagt. Und heute möchte ich mal einige dieser Gewohnheiten, die dein Leben und deine Motivation vor allem erstmal zerstören, ansprechen. Mit dem Ziel, diese Gewohnheiten dann im Endeffekt zu eliminieren und aufhören, diese Gewohnheiten bzw. Routinen durchzuziehen. Durchzuziehen klingt wieder so... Weiß ich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Es geht ja gerade um das Thema Gewohnheiten, die deine Motivation zerstören. Aber der erste Punkt ist, dass du aufhören musst, dich auf deine Motivation zu verlassen. Wir müssen einfach daran denken, dass Motivation immer temporär ist. Wenn wir uns auf unsere Motivation verlassen, werden wir es nie schaffen, an irgendein Ziel zu kommen und so weiter. Denn diese Motivation nicht immer da ist. Das heißt, wir können uns nicht auf diese Motivation verlassen, etwas wirklich dann durchzuziehen und wirklich dann zu machen. Also falls du ein Ziel hast, was du erreichen möchtest, würde ich mich nicht auf meine Motivation verlassen, sondern wirklich Gewohnheiten und Routinen haben, die dir dann helfen, zu diesem Ziel zu gelangen. Also denke mal daran, Motivation ist temporär und vergänglich und was uns im Endeffekt wirklich hilft, an unser Ziel zu kommen. Und unsere Ziele zu erreichen sind richtige Gewohnheiten und Routinen, die wir wirklich regelmäßig machen und durchziehen. Der zweite Punkt fällt mir persönlich auch noch etwas schwer. Es geht um das Thema, das Handy nicht als erstes zu checken, wenn man morgens aufwacht. Und ich merke aber auch, dass ich an den Tagen, an denen ich mein Handy morgens checke, über den Tag schlechter gelaunt bin. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass ich dann schon morgens schlechte Nachrichten konsumiere und die dann mein Mindset für den Tag bestimmen. Und ich meine, es ist schon logisch, dass es nicht gesund und gut sein kann, dass wenn du aufwachst, du direkt in den ersten 5 Sekunden deines Tages auf dein Handy guckst und schlechte Nachrichten liest. Und eigentlich ist es so einfach, das Handy mal für 10 Minuten liegen zu lassen und vielleicht erstmal frühstücken zu gehen, sich erstmal fertig zu machen und dann nach 10, 15, 20 Minuten auf das Handy zu gucken. Aber ich weiß natürlich selbst, wie verlockend das Handy dann mal sein kann. Was mir aber sehr geholfen hat, ist, mein Handy in Flugmodus über Nacht zu stellen. Das heißt, wenn ich morgens aufwache und mein Wecker auf meinem Handy klingelt, mache ich diesen Wecker aus. Aber sehe gar keine Nachrichten, da mein Handy im Flugmodus ist und deswegen kann ich die Nachricht natürlich nicht sehen. Und es hat mir zumindest sehr geholfen, nicht mehr auf Social Media morgens zu gehen. Das heißt, ich kann zwar noch meinen Wecker hören, ich kann noch rein theoretische Musik hören, aber ich gehe in den ersten Minuten zumindest nicht mehr auf Social Media. Der dritte Punkt ist Multitasking. Theoretisch klingt Multitasking sinnvoll. Wir erledigen mehrere Dinge gleichzeitig und sind so mit doppelt oder sogar dreifach mal so produktiv und effizient, wie wir es sonst wären. Aber in der Realität ist das Ganze eigentlich gar nicht so effizient. Denn wir Menschen können uns nur auf eine einzige Sache konzentrieren. Normalerweise wird Multitasking jetzt an Aktivität beschrieben, in der man zwei Sachen gleichzeitig macht. Ich persönlich definiere das für mich aber lieber als eine Sache, die wir machen und uns nebenbei noch ablenken. Und was meine Eltern mir schon sehr, sehr früh beigebracht haben, ist zum Beispiel auch das achtsame Essen und nicht nebenbei irgendwie essen. Das heißt, ich durfte früher nie vorm Fernseher essen, da wir uns halt nur auf eine einzige Sache konzentrieren können. Und wenn ich mich auf den Fernseher, auf das Fernsehen konzentriere, kann ich mich nebenbei nicht mehr auf das Essen konzentrieren. Und so esse ich nicht achtsam und kann mich überessen, zu viel essen, was Falsches essen und so weiter, da ich meinen ganzen Fokus auf diesen Fernseher nun lenke und nicht mehr auf dem Essen habe. Also wie gesagt, an sich klingt Multitasking natürlich sinnvoll und irgendwie auch logisch, aber am Ende des Tages ist es genau das Gegenteil und wir lenken uns eigentlich nur ab von der eigentlichen Aufgabe. Und deswegen würde ich euch empfehlen, Aufgaben immer mit vollem Fokus zu machen und sich nur auf eine Aufgabe zu konzentrieren und diese dann dafür aber richtig und sauber zu machen. Eine weitere Sache, von der ich persönlich glaube, dass sie dein Leben zerstören, ist das immer Ja sagen. Ich habe hier so einen sehr coolen Spruch an meinem Bullet Journal, Bullet Journal, und ich habe hier in meinem Vision Board so einen sehr, sehr coolen Spruch stehen, der aussagt, jedes Mal, wenn du zu einer Sache Ja sagst, sagst du Nein zu einer anderen Sache. Und du kannst natürlich so viele Wünsche, Ziele, Träume haben, wie du möchtest, aber du kannst nicht unlimitierte Prioritäten haben. Und deswegen ist es wichtig für uns, diese Prioritäten zu setzen und diese auch richtig zu setzen und nicht zu jeder Sache Ja zu sagen. Wenn du zu einer Sache Ja sagst, sagst du zu einer anderen Sache Nein. Denn wie gesagt, wir können nicht unlimitierte Prioritäten haben und wir haben auch nicht unlimitierte Zeit. Also die Zeit ist vergänglich und alles ist temporär, wie ich auch schon angesprochen habe. Und deswegen müssen wir unsere Prioritäten ganz klar setzen und nicht immer zu allen Dingen gleich Ja sagen. Und da sollten wir auch mit kleinen Dingen anfangen. Denn natürlich können wir nicht von heute auf morgen einfach aufhören, eine Ja-Sager-Person zu werden. Von heute auf morgen alles total gut priorisieren und so charakterlich stark zu sein, sofort zu allen Dingen Nein zu sagen, oder zu vielen Dingen Nein zu sagen, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und wir sollten dann wirklich einfach mit kleinen Dingen anfangen und zu diesen kleinen Dingen vielleicht mal Nein sagen und erstmal diesen Rückschlag verarbeiten. Und da kann ich euch zwei gute Bücher empfehlen, also sind es diese beiden Bücher hier. Denn da geht es um das Thema Nein sagen und aufhören, so viele Gedanken zu machen über andere Dinge und sich selbst priorisieren. Und einfach gerne ran das Thema Nein sagen. Ich verlinke euch diese Bücher auch nochmal in der Infobox. Also falls ihr die lesen wollt, dann könnt ihr gerne mal in der Infobox gucken. Da würde ich sie nochmal für euch verlinken. Die fünfte Sache, die in deinem Leben zerstören wird, ist, wenn du gar keine Ziele im Leben hast. Denn ich meine, klar, ohne einen Grund oder Ziel im Leben gibt es doch keine Motivation, irgendwas zu tun. Und deswegen muss es auch eine Sache geben, für die dich motivieren möchtest. Also muss es auch ein Ziel in deinem Leben geben. Das ist kompliziert ausgedrückt, aber eigentlich ist es einfach. Und der sechste Punkt ist, nicht genug Schlaf zu kriegen. Ich glaube, dass Schlaf nicht eine Sache ist, die wir priorisieren. Und ich glaube, dass wir Schlaf nicht so wichtig finden. Und zum Thema Schlafen habe ich auch einen Buchtipp für euch. Und zwar ist das Buch, warum wir schlafen oder why we sleep, auch in der Infobox verlinkt. Aber als Resultat von gutem Schlaf wirst du konservierter sein, mehr Motivation haben und noch effizienter sein. Und deswegen ist Schlaf auf jeden Fall eine Sache, die wir priorisieren sollten und die wir wichtig finden sollten. Und um die wir uns Gedanken machen sollten. Ich meine, unser Körper tut so viel für uns. Und deswegen sollten wir unserem Körper auch diese Ruhezeit gönnen und ihnen auch eine gute Auszeit ermöglichen. Ja, also wie gesagt, die ganzen Bücher sind noch in der Infobox verlinkt. Also schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, falls ihr diese Bücher auch interessant findet und sie eventuell mal lesen möchtet. Dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken dieses Videos. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder hier auf meinem Kanal. Habt noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich, wie gesagt, bis sehr bald mal wieder. Tschüss!